Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von SPIRIT, Leben mit Stil. Der Mensch ist nur mit Gott zusammen Mensch. So hat es einmal der Jesuit Pater Alfred Delp formuliert. Gott gehört sozusagen in die Definition des Menschen hinein. Und die innerste Lebensgemeinschaft mit Gott gehört zu den ersten Voraussetzungen eines gelungenen und gekonnten Lebens. Wie aber findet man hin zu solch einer Lebensgemeinschaft mit Gott? Vielleicht können dazu Exerzitien dienen, geistliche Übungen. Und darüber möchte ich heute reden mit Prof. Dr. Christoph Ohli, den ich ganz herzlich hier im Studio begrüße. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Dr. Ohli. Pater Alfred Delp spricht vom gelungenen und gekonnten Leben. Hat das vielleicht etwas zu tun mit dem Leben in Fülle, von dem Jesus gesprochen hat, das er bringen wollte? Ein gelungenes und ein gekonntes Leben drückt vielleicht auf andere Weise aus, was der Begriff Leben in Fülle meint. Und macht als solcher deutlich, dass es auf der einen Seite ein Geschenk ist, denn Jesus schenkt uns ja das Leben in Fülle. Es ist eine Gabe. Es ist aber zugleich auch eine Aufgabe. Gelungenes und gekonntes Leben geschieht nie ohne die Mitarbeit des Menschen. Deswegen Leben in Fülle in Jesus Christus als Gabe und zugleich als Aufgabe ist tagtäglich zu praktizieren. Also das Leben in Fülle bezieht sich nicht nur auf das Jenseits, ist nicht gleichbedeutend mit dem ewigen Leben, das uns im Jenseits erwartet, sondern hat durchaus etwas zu tun mit unserem Leben hier und jetzt im Alltag. Natürlich, wir leben hier auf Erden in unserem Alltag, der begrenzt ist, der auch endlich ist. Aber unser Glaube sagt ja, dass wir durch die Taufe, durch die Sakramente, durch das Leben des Glaubens in der Kirche mit dieser Lebensfülle in Jesus Christus immer wieder in Berührung kommen. Also auch von ihm so erfüllt werden, dass das nicht nur ein Gegenstand unseres Glaubens an die Ewigkeit ist, sondern von der Ewigkeit her schon dieses Licht auch auf das Jetzt und jeden alltäglichen Augenblick fällt. Und wir tatsächlich in dieser Aufgabe, das Leben in Fülle zu leben, gerufen sind, Tag für Tag. Der christliche Glaube lehrt, dass der Mensch erst in der Begegnung mit Gott zu wahrer Größe gelangt. Hat auch das etwas zu tun mit Leben in Fülle? Dieser Gedanke, dass Gott letztlich die Fülle für den Menschen ist, macht ja deutlich, dass der Mensch sich aus sich selbst heraus nie auf Ewigkeit oder Vollendung ausstrecken kann. Er vermag sich auszustrecken in seiner Sehnsucht auf Ewigkeit, aber er kann sie sich nicht selbst schenken. Von daher ist Leben in Fülle in Christus ein Geschenk, was mir Ewigkeit verheißt, aber eben nicht nur so, dass es irgendwann am Ende der Zeiten kommen wird, sondern dass Jesus ja in seiner Menschwerdung, in seinem Sterben und Auferstehen mir diese Ewigkeit jetzt schon ins Herz gelegt hat und sie mir zur Aufgabe macht, lebe sie Tag für Tag. Ein anderer Begriff wäre vielleicht zu sagen, sei heilig, so wie ich heilig bin. Lebe diese Heiligkeit als die Bereitschaft, jeden Augenblick mit der größtmöglichen Liebe, mit diesem göttlichen Leben zu füllen. Und dahin zu finden, in diese Lebenshaltung hinein zu finden, dazu können sogenannte Exerzitien dienen. Sie selbst haben eine Ausbildung zum Exerzitienbegleiter gemacht und geben seit einigen Jahren regelmäßig sogenannte Exerzitien. Jetzt wird nicht jeder unserer Zuschauer wissen, was es überhaupt ist, Exerzitien. Können Sie das vielleicht mal kurz erläutern? Das macht der Begriff deutlich, der ja aus dem Lateinischen kommt, Exerzitium, und kann übersetzt werden mit Übung, Einübung. Das heißt, für eine gewisse Zeit nehme ich mir bestimmte Übungen im Glauben vor, die vor allen Dingen in den Exerzitien in der Betrachtung bestehen, also in der Betrachtung des Lebens Jesu im Zusammenhang mit meinem persönlichen Leben. Und ich exerziere, sagen wir ja auch im Deutschen, ich übe ein, die Betrachtung, ich übe aber auch ein, das, was ich aus dieser Betrachtung an Eingebung durch den Heiligen Geist mitgebe. Was lehrt mich Jesus durch das, was er dort sagt, durch das, was er dort tut, so dass ich ihm immer ähnlicher werden kann? Deswegen können wir Exerzitien eigentlich nie verstehen, ohne die Anbindung an die Taufe zu finden. Die Taufe ist eigentlich der Grund, das Fundament dafür. Da, wo ich von Christus selbst mit ihm gleichgestaltet worden bin, auf sein Sterben, auf sein Auferstehen hin, übe ich das in diesen Exerzitien so neu ein. Ich versuche aus der Person Jesu Lehren zu ziehen, Eingebungen zu empfangen, dass ich sie dann Tag für Tag so leben kann, wie ich es als Getaufter tun sollte. Deswegen sind Exerzitien eigentlich für alle da. Das sieht dann so aus, dass man in einer kleinen Gruppe zusammenkommt, vielleicht für ein Wochenende oder auch für eine ganze Woche. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wenn wir von den klassischen Exerzitien des heiligen Ignatius, dem Gründer des Jesuitenordens, ausgehen, dann können wir solche Exerzitien vier-tägig, acht-tägig oder sogar 30-tägig machen. Wenn man sich an diese relativ lange Zeit von vier oder acht Tagen, wo man sich wirklich nur der Betrachtung widmet, erst einmal heranwagen möchte, dann kann man es vielleicht an einem Wochenende oder an einem Tag, einem Einkehrtag tun, dass man sich darauf vorbereitet und dann mal in die eigentlichen Exerzitien einsteigt. Also es gibt so, sagen wir mal, Anläufe darauf hin, das wirklich dann zu tun, was Exerzitien nach Ignatius sein wollen. Betrachtung spielt eine wichtige Rolle. Betrachtung heißt, dass man das Evangelium liest oder andere Teile aus der Heiligen Schrift liest und darüber nachdenkt? Ja, wenn wir von dieser Struktur der Exerzitien nach Ignatius ausgehen, hat Ignatius vier Wochen für die 30-tägigen vorgesehen, die man dann entsprechend kürzer hält, je nach Umfang der Exerzitien von acht oder vier Tagen, in deren ersten Woche die Betrachtung zunächst einmal des eigenen Lebens im Lichte Gottes steht. Also ich schaue tatsächlich, wie es viele Meditationstechniken durchaus ja auch nahe legen, zunächst einmal auf mein Leben. Aber ich bleibe da nicht bei, sondern ich vollziehe das im Lichte des Glaubens an Gott. Wer bin ich? Ignatius nennt das das Prinzip und Fundament, zu erkennen, ich bin ein geschaffenes Wesen, ein von Gott geliebtes Wesen. Ich bin dazu berufen, dieses Leben hier auf Erden zu gestalten. Ich bin dazu berufen, die Dinge, die mich umgeben, so zu nutzen, dass sie mich auf diesem Weg zum Ziel, auf Gott hin unterstützen. Der erste Teil solcher Exerzitien hat also zunächst einmal wesentlich mit meinem Leben zu tun. Auch zu erkennen, dass da nicht alles in Ordnung ist. Thema Sünde, Thema Schuld, das im Lichte Gottes aufzubereiten. Und dann kommt das, was Sie sagen, in der zweiten, in der dritten, der vierten Woche, dass ich bestärkt durch diese Einsicht, ein geliebtes Kind Gottes zu sein, tatsächlich das Leben Jesu betrachte. Von der Inkarnation der Menschwerdung bis hin zur Himmelfahrt. Heißt das, dass man die Szene, die man da betrachtet, vergleicht mit dem eigenen Leben? Dass man bestimmte Gestalten, die in dieser Szene, in dieser Stelle aus der Heiligen Schrift vorkommen, vergleicht mit der eigenen Rolle, die ich in meinem Leben spiele? Ja. Eine wichtige Frage kann sein, in welcher dieser Gestalten finde ich mich am besten wieder? Vielleicht beim Zacchaeus, der auf dem Baum sitzt, der alles aus der Entfernung beobachtet und plötzlich von Christus in einen sehr konkreten Dialog geführt wird. Oder wenn ich in keiner dieser Gestalten mich selbst so wiederfinde, dass ich es wage, auch mich mit meinem Leben bewusst in diese Szene hineinzustellen und zu sagen, das bin ich und ich trete jetzt in diesen Dialog mit den Worten Jesu, schaue, was er dort für mich tut. Es ist ja immer wieder auch ein Zeichen seiner Liebe für mein Leben, um ihn dann zu fragen, was soll ich tun? Was lehrst du mich? Und da merkt man, dass Gebet, das Betrachtung, nicht das Heruntersagen von Gebetsformeln ist, so wichtig die auch sind im Leben der Kirche, sondern dass es ein lebendiger, liebender Dialog mit Christus selbst ist. Ausdruck meines Glaubens, er ist wirklich Sohn Gottes, ist nicht irgendwer, er ist derjenige, der mein Leben in Fülle gestalten kann. Kann man also diese Form der Betrachtung als Gebet bezeichnen? Auf jeden Fall. Da, wo sie Gespräch mit Christus wird. Ich kann natürlich auch eine Betrachtung zunächst einmal, und das soll ich auch so halten, dass ich mir die Szene, Ignatius sagt, mit den Kräften meiner Imagination vor Augen führe. Ignatius sagt, man soll sich diesen Schauplatz der Szene zurichten, dass ich hineintreten kann in meinen Gedanken, in meiner Betrachtung. Von daher ist es zunächst eine Arbeit, die ich verrichte, um diesen Schauplatz zu durchdringen, aber dann wird es zum Gebet da, wo ich mit Christus ins Gespräch eintrete. Welche Hilfestellung gibt es denn für diese Art der Betrachtung? Welche Rolle spielt insbesondere der Exerzitienbegleiter? Das Wort der Begleitung bringt das eigentlich sehr schön aus. Es ist Leitung, also der Begleiter nimmt den Exerzitanten schon auch in diese leitende Aufgabe hinein, er begleitet ihn. Das heißt, er gibt ihm Anregungen, Anstöße für diese Zeit der Betrachtung, nimmt sich aber für die Zeit der Betrachtung dann selbst heraus. Und das macht deutlich, Exerzitien sind mehr als sich hinzusetzen, einen schönen Vortrag zu halten und zu sagen, ja, das bewegt mich, das ist schön, aber jetzt kann ich wieder gehen. Nach solch einem Vortrag, nach solchen Punkten zur Betrachtung geht die Arbeit erst los. Dann kommt das Exerzitium, dass ich allein mit Gott in diese Szene, in diese Gedanken hineinsteige. Der Begleiter nimmt sich dabei raus. Ich selbst muss dann die eigentliche Arbeit verrichten. Und die kann darin bestehen, dass ich bestimmte Rückschlüsse ziehe für mein Leben, vielleicht auch konkrete Vorsätze fasse, was ich vielleicht ändern müsste in meinem Leben oder dass ich Anregungen bekomme, die ich umsetzen muss? Ja, auf der einen Seite haben wir Anregungen und Eingebungen, die uns in der Kraft des Heiligen Geistes, in dieser Zeit des Gebetes, der Betrachtung geschenkt werden, von denen ich vielleicht die ein oder anderen tatsächlich aufnehme und sie in mein Leben überführe. Das heißt, zum Ende der Betrachtung hin schon überlege, was wird das für mich heißen? Deswegen sind Exerzitien nach Ignatius immer auch Entscheidungsexerzitien, nicht unbedingt immer auf eine große Berufungswahl hin. Das kann auch sein und das sollte auch letztlich am Anfang einer Berufung sein. Aber sie sind auf jeden Fall Exerzitien, die zu einer größeren Entschiedenheit im christlichen Leben führen. Dass ich mir ein, zwei, drei dieser Eingebungen als Vorsätze formuliere und sie dann in den Alltag überführe und als Getaufter diese Entschiedenheit des Lebens mit Christus, meines Gleichförmigseins mit Christus, auch da lebe, wo Gott mich hingestellt hat. In meinem Alltag, sei es in der Familie, sei es in einer geistlichen Berufung, am Arbeitsplatz, in der Freizeit. Von daher sind, so wie man auch gerne sagt, die Tage, die Wochen nach den Exerzitien, die fünfte Woche der Exerzitien, also da, wo ich Exerzitien zu leben beginne. Also richten sich Exerzitien nicht nur an eine kleine ausgewählte Schar von Christen, etwa Priester oder Ordensleute, Menschen, die einen sehr intensiven Weg der Nachfolge Jesu Christi gehen wollen, sondern durchaus an ganz einfache Christen, die in der Familie leben, die einen Beruf ausüben in der Welt, einen säkularen Beruf. Auch an solche Menschen richten sich Exerzitien? Grundsätzlich ja. Natürlich die Geistlichen, die Priester, die gottgeweihten Menschen in den Orden und Säkularinstituten, denen ist es als Herzenspflicht, Herzensanliegen auferlegt, einmal im Jahr Exerzitien zu machen, um tatsächlich diesen Weg der Nachfolge auch zu reinigen, zu vertiefen, neu auszurichten. Aber Exerzitien sind letztlich geistliche Übungen für jeden Menschen, um das eigene Glaubensleben noch stärker auf den auszurichten, der der Grund meines Glaubens ist. Und das ist Jesus Christus. Natürlich sagen manche, oh, das ist mir zu viel oder das ist was für die besonders Frommen. Aber der Ursprung dieser Exerzitien ist eigentlich der, zu sagen, jeder Mensch kann sie machen, jeder Mensch sollte sie eigentlich machen, um diesen Weg des Glaubens zu vertiefen und zu verinnerlichen. Und Exerzitien können dann hinführen zu einer tieferen Lebensgemeinschaft mit Gott, von dem ja Pater Alfred Delp gesprochen hat, den ich anfangs zitiert habe. Um auch diese Perspektive für sich selbst und das alltägliche Leben noch einmal deutlich vor Augen gestellt zu bekommen, aber dann auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Mein Leben ist ohne Gott sinnlos. Und mein Leben geht ohne Gott letztlich auf einen Verlust hin. Denn es wird nicht reich, es wird nicht weit und groß. Und ich erreiche nicht die großen Ziele, die ich vom Glauben her bekomme. Wenn ich nicht bereit bin, das zu tun, was Christus mir sagt, stell dein Leben zur Verfügung. Wer es verliert, der wird es gewinnen. Wer sich Preis gibt, der wird reich werden. Von daher ist dieser Satz von Pater Alfred Delp ja das Zentrum eigentlich von Exerzitien zu erkennen. Gott gehört zu meinem Leben. Wie groß ist denn in unserer heutigen modernen Zeit die Gefahr, dass man am Wesentlichen vorbeigeht? Dass man zu sehr abgelenkt wird vom Wesentlichen. Wenn wir jetzt gehört haben, der Mensch wird nur zusammen mit Gott wirklich ein großer, ein wahrer Mensch. Durch die Konsumgüterindustrie, durch die Medien gibt es viele Einflüsse, die eigentlich vom Wesentlichen ablenken. Können Exerzitien dazu dienen, sich von Neuem zu konzentrieren auf die Mitte, auf das Eigentliche des menschlichen Lebens? Das ist das Ziel, so wie es Ignatius auch formuliert. Sich von all diesen, wie er sagt, ungeordneten Neigungen hin zum Irdischen. Das Irdische ist nicht schlecht, aber es können ungeordnete Neigungen dorthin bestehen, sich zu lösen, lösen zu lassen durch die Exerzitien, um wieder mit einer größeren Entschiedenheit und Klarheit den Weg des Christen zu gehen. Mit dem natürlich auch der Gedanke zusammenhängt, dass mein Leben nur mit ihm, nur mit Gott wirklich gelingen kann. Und dieses Magis steht ja ganz am Anfang der Exerzitien, in diesem Exerzitienbuch, auch aus der Erfahrung des Ignatius selbst heraus, dass nur da, wo ich bereit bin, über diese irdischen Dinge herauszugehen, das Meer des Glaubens zu wagen, der Mensch zu seiner eigentlichen Berufung gelangt, nämlich Kind Gottes zu sein, dem Gott einen ganz spezifischen Ort in der Welt und auch in der Kirche zuweist. Und den darin zu erkennen und zu vertiefen, ist Aufgabe der Exerzitien. Und deshalb Aufgabe für jeden Menschen. Und wohl dann eine dauernde Aufgabe, also eine Aufgabe, die sich nicht nur beschränkt auf dieses eine Wochenende, auf die vier Tage, auf die acht Tage. Es gibt ja auch den Begriff der Exerzitien im Alltag, geistliche Übungen im Alltag. Das Element des Übens, des Wiederholens, wie wichtig ist das? Wir sehen es ja an vielen anderen Dingen in unserem Alltag. Wenn ich einmal den Führerschein mache und ein paar Mal fahre, ihn dann 20 Jahre liegen lasse, merke ich, dass ich nicht eingeübt bin. Ich habe keine Übung mehr darin. Das gilt fürs Fahrradfahren, fürs Skifahren und für viele andere alltäglichen Dinge auch. Und das ist natürlich auch für die Haltung des Glaubens so. Ich muss eine Beziehung der Liebe leben und üben. Wenn ich einmal jemandem sage, ich liebe dich und sage, das reicht jetzt für die nächsten 30 Jahre, ist diese Liebe schnell am Ende. Und genauso ist es auch in der Beziehung zu Gott. Sage ich einmal, ja, ich liebe dich, ich glaube an dich und tue aber so, als wäre er überhaupt nicht da, als wäre er nicht existent. Da verflacht der Glaube, da verflacht die Liebe. Deshalb gehört zu einem lebendigen Glauben immer auch die Übung, die Einübung, die Wiederholung. Welchen Rahmen sollte man denn solchen geistlichen Übungen im Alltag geben? Sollte man sich bestimmte Zeiten vornehmen, wo man diese Übungen praktiziert? Wie kann das gehen? Vielleicht müssen wir nochmal unterscheiden. Als Christ versuche ich jeden Tag im Gebet die Beziehung mit Gott zu pflegen. Aber es kann intensivere Zeiten für solche Exerzitien, sei es im Alltag oder auch in dieser spezifischen Einkehr von vier oder acht Tagen geben, in denen ich mich tatsächlich aus meinem Alltag zurückziehe. Das heißt, ich vielleicht in ein Exerzitienhaus gehe, in ein geistliches Haus, in ein Kloster und da tatsächlich unter der Anleitung eines Exerzitienbegleiters diese Übungen verrichte. Also in die Atmosphäre von Exerzitien gehört die absolute Stille, gehört die Bereitschaft, alles zurückzulassen, was meinen Alltag sehr kennzeichnet. Vom Handy angefangen bis hin zum Internetanschluss und so weiter. Wirklich einmal in die Wüste zu gehen, in diese Stille der Wüste, um diese konkreten Tage ganz Gott hinzugeben, ganz Gott zu weihen. Exerzitien im Alltag versuchen beides miteinander zu verbinden, aber um sie als solche wirklich einmal ganz zu leben, wäre der Rückzug sehr wichtig. Und Stille bedeutet dann Schweigen, absolutes Schweigen. Absolutes Schweigen, die Fähigkeit, sich von äußeren Dingen nicht mehr beeinflussen zu lassen, sondern aus dem Gespräch mit dem Exerzitienbegleiter, aus seinen Punkten, die er mir so zur Betrachtung gibt, diese Zeit des Gebetes zu pflegen. Und dazu kommt dann die tägliche Feier der Heiligen Messe, dazu kommt dann auch die Möglichkeit zur Beichte, aber auch zum geistlichen Gespräch mit dem Exerzitienbegleiter, aber in einer Atmosphäre der Stille, die deutlich macht, ich lasse alles, versuche alles zurückzulassen, um mich ganz auf dieses Thema, auf diese Begegnung mit Gott einzulassen. Trägt das Schweigen dazu bei, dass man eine größere Sensibilität bekommt, eine größere Hörfähigkeit auf das Wort Gottes? Auch da wieder der Vergleich zur Natur. Gehe ich in den Wald hinein und höre auf, mit denen, mit denen ich dort hineingegangen bin, zu reden, zwingt man sich zur Stille, hört man viel mehr. Angefangen vom Vogelgezwitscher bis hin zu anderen Geräuschen, die das Leben im Wald ausmachen. So ist es auch im Leben mit Gott. Je mehr ich die äußere Stille pflege, desto mehr kann ich auch innerlich still sein. Beim Stillsein geht es nicht einfach darum, sich hinzusetzen und nichts zu tun. Ein spanischer Jesuit hat einmal gesagt, Thomas Morales, die Stille ist die Atmosphäre Gottes, in der er mir seine Gnaden schenken will. Das heißt, es kommt auf äußere, aber auch auf die innere Stille, auf die innere Bereitschaft an. Es ist jetzt der Herr, der zu mir kommt, der mit mir sprechen, der mich begleiten möchte. Kann es passieren, dass dann Gedanken hochkommen, die vielleicht lange Zeit verschüttet waren? Vielleicht Lebensträume, die man ursprünglich mal hatte und die sich nicht realisiert haben, können auch unangenehme Dinge vielleicht hochkommen? Wie geht man um mit diesen Gefühlen und Gedanken, die plötzlich auftauchen können? Das ist der Sinn der ersten Woche dieser Exerzitien, im Exerzitienbuch des Ignatius, sich selbst und seinem Leben zu stellen, mit den hellen Seiten wie mit den dunklen Seiten, mit dem, was gelungen ist im Glauben und mit dem, was eben durch die Sünde auch vielleicht Misserfolg mit sich gebracht hat. Und dass das natürlich aufwühlt, sage ich mal, dass das zu Erinnerungen führt, auch zu Überlegungen, warum, wieso habe ich das so nicht anders gemacht, ist sehr gut, muss allerdings dann auch im Gespräch mit dem Exerzitienbegleiter besprochen und durchdacht werden. Von Jesus wissen wir aus dem Evangelium, dass er gelegentlich Menschen ganz konkret gefragt hat, was ist es, das ich dir tun soll? Was sind deine Bedürfnisse? Was sind deine Wünsche? Spielen also auch die persönlichen Wünsche in den Exerzitien eine Rolle? Und wie ist das Verhältnis zwischen den Wünschen des Menschen und dem Willen Gottes für das eigene Leben? Das macht eigentlich die Begegnung mit Gott aus in den Exerzitien. Natürlich komme ich mit Wünschen, komme ich mit Sehnsüchten, komme ich mit Vorstellungen, wie mein Leben gelingen kann. Aber auch mit der Bereitschaft, mich vom Willen Gottes und seinen Ansprüchen her führen und leiten zu lassen. Deswegen sagt Ignatius, steht am Ende eigentlich jeder Betrachtung die Aussage des Menschen, das, Herr, tust du für mich, wenn ich das Kreuz betrachte, wenn ich die Krippe betrachte, wenn ich die Szenen betrachte, wie er predigt und wie er heilt. Das tust du für mich? Ich steige ja in die Szene ein. Aber ich frage gleichzeitig, und was ist es, Herr, was ich für dich tun kann? Das heißt, ich stelle meine Sehnsüchte, meine Wünsche nicht einfach zurück und sage, das ist unwichtig, aber ich versuche sie im Lichte Gottes zu sehen. Ich darf sie ihm sagen, ich darf sie ihm formulieren, aber mit der Bereitschaft verbunden, sag du mir es, was ich tun soll. Von dir her nehme ich das Wort des Lebens und das Wort für mein Leben an. Das ist die innere Bereitschaft, die innere Disposition, wie Ignatius auch sagt, das von Christus her anzunehmen. Exerzitien, also als ein möglicher Weg zu einem Leben in größerer Fülle, zu einer Bereicherung des eigenen Lebens. Wenn jetzt jemand den Wunsch verspürt, einmal Exerzitien auszuprobieren, wohin kann er sich wenden? In jeder der Diözesen, auch in der Bundesrepublik Deutschland, gibt es Exerzitienhäuser mit entsprechenden Angeboten. Man kann also auf die Homepages im Internet gehen, man kann aber auch in den entsprechenden Abteilungen der Diözese im Generalvikariat oder Ähnliches anrufen und sich da kundig machen. Wobei ich immer sage, es bedarf einer Vorentscheidung. Möchte ich Exerzitien machen, die im streng ignatianischen Sinne sich auch an der Struktur, so wie sie im Exerzitienbuch dargelegt ist, ausrichten? Oder möchte ich die Chance nutzen, Einkehrtage zu begehen, Vorträge zu hören, ein wenig mehr zu beten, still zu werden, aber mich eher beschenken zu lassen? Ich glaube, diese Vorentscheidung muss ich treffen. Bin ich bereit, etwas zu exerzieren, etwas einzuüben oder bin ich bereit, zunächst einmal nur in ein paar Tage der Stille und der Begleitung zu gehen? Und dann finde ich, glaube ich, in den verschiedenen Angeboten eine ganze Menge von Möglichkeiten, solche stillen Tage einmal zu begehen. Muss ich darüber hinaus irgendwelche Voraussetzungen mitbringen? Muss ich vielleicht schon tief im Glauben drinstehen? Oder wäre das vielleicht auch etwas für eher Anfänger des Glaubens? Also ich habe jetzt in den vergangenen Jahren einige Exerzitienkurse gehalten und da waren immer, wenn man so will, Anfänger im Glauben dabei. Und zwar tatsächliche Anfänger, die sehr weit von Glaube, von Kirche sich aufhielten und vielleicht sogar ein wenig aus Neugier einmal diesen Weg der Exerzitien gegangen sind. Anfänger im Glauben sind wir alle. Von daher müssen wir es immer wieder neu wagen, diesen Schritt zu gehen. Aber dadurch, dass ich ja persönlich diese Exerzitien vollziehe, kann das auch jeder auf seine individuelle Art tun. Der Exerzitienbegleiter gibt natürlich einige Vorgaben, einige Punkte, aber wie sie dann im Gebet, in der Betrachtung umgesetzt werden, das vermag jeder auf seine Weise zu tun. Und im Gespräch mit dem Begleiter kann man dann weitere Wege suchen, wie man fortgehen kann. Denn das ist ein Prinzip bei Ignatius, der sagt, habe ich einmal einen Punkt entdeckt, der mir besonders wichtig ist, bei dem ich Tröstung finde, bei dem ich Weite meines Geistes finde und erkenne, das will Gott von mir, dann darf ich dabei bleiben. Andere können schon weitere Schritte gehen, aber ich darf an diesem Punkt bleiben. Exerzitien, etwas, was typisch katholisch ist, oder gibt es das auch in anderen Gemeinschaften, in der evangelischen Kirche etwa? So viel ich weiß, gibt es das auch in anderen Gemeinschaften, dass solche Einkehrtage angeboten werden. Aber sagen wir mal, in dieser spezifischen Form der Exerzitien, auch nach Ignatius, ist es etwas, was aus dem Leben der katholischen Kirche heraus erwachsen ist und von daher natürlich besonders dort auch angeboten wird. Wobei ich auch sagen kann, dass manche evangelische Christen sich auch schon mal in diese Exerzitienkurse hinein nicht verirrt haben, sondern angemeldet haben und sie bewusst auch aus dem Interesse heraus, Leben aus dem Glauben zu vertiefen, diesen Weg gewählt haben und sehr angerührt worden sind, weil es tatsächlich ja um persönliche Begegnung mit Gott geht. Der Mensch ist nur mit Gott zusammen Mensch, so hat Pater Alfred Delp formuliert. Exerzitien können ein Weg sein, um das noch besser zu erkennen und die Lebensgemeinschaft mit Gott zu vertiefen. Sie, Herr Prof. Dr. Ohli, haben uns wertvolle Anregungen gegeben, haben uns vielleicht auch auf den Geschmack gebracht, Exerzitien einmal auszuprobieren. Vielen Dank dafür, herzlichen Dank fürs Kommen. Ihnen daheim danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spirit Leben mit Stil. Ihnen eine gute Zeit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020